Die Polizei spricht von einem der größten Bargelddiebstähler aller Zeiten in Amerika. Die geschätzte Beute, 17 Millionen Dollar. Die Behörden haben keinen Hinweis auf die Identität dieser kriminellen Superhirne. Lass es uns tun, lass uns Loomis Fargo ausrauben. Oh, David! Ich glaube, die Kugel ist einfach zwischen deinen Backen durch. Ja, es fühlt sich so an, als wäre das Ding genau in der Kibbe vorbeigeschraubt. Du barmherziger Vater, ich bin's, David. Hey, betet er? Vergib mir, dass ich die ganze Kohle gestohlen habe. Er betet. Ich verspreche, dass ich etwas Edles damit tun werde, wie ein Jugendcamp zu eröffnen. Für gefährdete Pferde. Der Kerl ist so uncool, Mann. Also, wen soll ich für euch umlegen? Nicht vor dem. Oh, einen von denen. Nein. David? Ja, halt durch. Ich stehe vor der Tür. Mach dir keine Sorgen. Mann, ist das eine billige Tür. Zähl das nächste Mal bis drei. Spann deine Möpse an. Was? Manchmal führt der Weg nach draußen direkt durch. Nein, 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 nein! Wer wird euch? Will... Das ist mein Handy. Wer wird euch? Vielen Dank.